Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Lollipop, Chainsaw, der Wahnsinn geht weiter, Rockmusik und geile Bräute. So was lieben wir, so was wollen wir sehen. Und am besten wird das Ganze, wenn man noch Zombies abschlachten darf. Wow, 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 das ist mies. Moment, wir müssen die Dinger hier zersägen. Alles klar, das sollte kein Problem sein. Aber seit wann explodieren die so schnell? Oh, verdammt, wir sind ja richtig schnell hier unterwegs. Immer eine Welle kommen lassen und dann sägen gehen. Denn während wir hier sägen, können die natürlich auch angreifen. So, die nächste Welle. Wir lassen sie kommen. Springen hier ein bisschen rum. Machen hier einen Flickflack. Und dann schnell hier drüben hin. So, runter damit. Okay. Wow, 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 wow. Jungs! Meine Güte! Moment, Moment. Ich nehme Lolli. Und wir müssen weg, verdammt noch eins. Munition, Zucker. Eben die Dinge, die ein Mädchen braucht. Und jetzt hier noch den Lolli nehmen. Yummy! Immer dieser random Bullshit. Wow, 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 wow. Junge, ich brenne. Oh nein, ich habe ihn gekillt. Er mutiert zu einem Zombie. Wahrscheinlich ja. Das war sein Wille. Ein Zombie werden. Und zerstüttelt werden. Ich glaube, damit haben wir seinen letzten Wunsch erfüllt. Vorsicht, Vorsicht. Ah, der Flammzombie da hinten. Die Feuerwehr soll doch Feuer löschen. Und mich nicht anzünden. Eine sehr verwirrende Welt. No! Lass deine Finger von mir! So, der letzte Zombie hier drüben. Booyah! Okay, hier kommen wir durch. War doch ziemlich locker hier. Boah, ich habe so wenig Munition. Oh, kein Striptease. Die Kleider sind immer noch an. Wie traurig. Moment, hier lade ich mal durch. Ein bisschen Munition haben wir immer noch. Wirklich? Wir sind hier wirklich am Ende? Jetzt schon am Ende? Kann das wirklich sein? Ich bin gespannt. Oh, crap! Zombie-Army! Irgendwo da hinten ist ein Flammenwerfer. Einer! Mehr als nur einer. Alles klar, wir müssen reinhauen. 30 Zombies. So viel hatten wir noch nie, glaube ich. Und die bunte Mischung hier. Dicke Zombies. Feuerwehrmänner. Und Schlampen. Aber es werden weniger. Wir sind dran. Wir sind definitiv dran. Oh yes, Baby! Oh, verflucht, wie man diese Duelle hier. Wow, 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 wow. Die Feuerwehrmänner. Die machen mir das Leben schwer. Oh, der nächste hier schon wieder. Wie viele sind denn hier? Mal ganz ehrlich. Endlich einer weniger. Die komplette Feuerwehrmänner. Das könnte ein Porno sein. Ein geiles, blontes Mädchen und die Feuerwehrmänner. Na komm schon, shut up, Zombie. Und der letzte. Juliette, ich sehe es. Hör auf etwas. Hier. Well, das ist es. Okay, Freund, unser Dad hat's wirklich drauf. Einschlag und der ganze Laden hier wird zerlegt. Der Mann hat ein Auge für sowas. So, die Munition nehmen wir noch mit. Die Kohle sparen wir. Ihr werdet sehen, warum. Äh, Lolli, Lolli, Lolli. Erst mal hier einen nehmen. Dann einen mitnehmen. Ja, hier drüben holen wir nix, wie gesagt. Das hat schon seinen Grund. Ihr werdet das erleben. Und jetzt runter mit uns. Das ist unglaublich. Juliette, du hast es gemacht. Fantastisch. Du, wie kannst du das machen? Zu unserer Schule, zu den Menschen, die wir lieben? Was? Juliette! Ah, ja, das ist das, was ich spreche. Schau mal, wer es ist. Mary-Kate und Ashley. Oh, Juliette. Ich bin so lonely, seitdem du all meine Dark Purveyors hast. Poor Louis hier ist der einzige. Und es wird nur noch nicht sein. Ah, cocky little whore. Ich mag das. Bring es auf, douchebag. Ich werde dich auf. Ich liebe deine Passion Band. Es sieht aus, wir können die Beautiful Death zusammen machen. Ha! I've got a feeling when I start playing, you're just gonna die! Rock and roll is here to stay! You're not! Louis! Jetzt geht's los! Bossfight! Wow, 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 wow! Und ich mache hier den Nick-Move. Irgendwie wieder draufgekommen. Aber es hat funktioniert! Es hat absolut funktioniert! Natürlich, das war alles mein Plan. Klar, der Nick-Schuss und irgendwie die ganzen Moves. Ihr wisst es doch selber. So besiegt man Louis. Rock and roll. Vielleicht sollte ich ihn irgendwie niederschießen. Ah, mache ich aber nicht so viel Damage. Nicht schlecht! Und Kugeln! Zombies und Kugeln! Das geht Hand in Hand! Okay, der Junge hat keine Hand mehr. Bei ihm nicht. Aber sonst in anderen Fällen. Oh, wow! Was haben wir hier? Er muss seinen Angriff machen. Er muss hier rein in die Mitte. Das ist ganz, ganz wichtig. Anders in die Mitte. Ich meinte, anders in die Mitte! Boah, der ist so schnell unterwegs. Der ist eine ganze Nummer schlimmer als die anderen. Ah, guck mal hier! Ich kann die Säulen zerstören. Hat das irgendeinen Sinn? Wenn ich die hier zerstöre? Aber mir geht die Munition aus. Mal sehen, ob wir die auch zersägen können. Komm, eben gerade habe ich ihn noch getroffen. Wir gehen mal hier drüben hin und schauen mal, was passiert. Ja, es funktioniert. Es funktioniert definitiv. Aber das hier tut extrem weh. Oh, verflucht! Die verdammte Steuerung! Klar, gibt es schlimmeres, Nick. Eine Lage! Ich zerstöre jetzt hier die Säulen. Ich habe keine Munition mehr. Da wir keine neue Munition bekommen, muss es einen anderen Weg geben. Also, wegballern kann man den nicht. Hm. Vielleicht hier gegen so eine Säule jagen? Könnte sowas funktionieren? Nee, der geht durch. Der geht einfach durch und ich brauche Zucker. Der erste Lolli geht. Ich kann ihn auch nicht angreifen. Jetzt, 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 jetzt! Kann ich ihn vielleicht so irgendwie holen? Mit Superspeed? Eben gerade habe ich ihn getroffen. Ich habe ihn eben gerade definitiv getroffen. Wir haben hier so viele Zombies. Vielleicht funktioniert ja sowas. Ich habe ihm Damage gemacht. Ich habe ihm definitiv Damage gemacht. Komm schon, Luis! Irgendwie muss er doch machbar sein. Ich habe bis jetzt auch noch nicht den Sinn der Säulen verstanden. Also, ich sammle hier noch ein paar Sterne. Dann versuche ich hier nochmal mein Glück. Weil er holt ja die Zombies weg. Also, ich bekomme Sterne. Ich bekomme keine Munition, aber Sterne. Die müssen irgendeine Funktion haben. Yes! Komm schon! Ein Treffer noch. Eben gerade hätte ich ihn holen können. Na, also, endlich! Yes, Baby! Wir machen Fortschritte, Louis. Wir machen Fortschritte. Oh, verflucht. Von wegen Fortschritte. Es wurde schlimmer statt besser. Holy Crap. Elefanten-Terminator. Ich wünschte, ich hätte noch Munition. Ah, ah. Nein, 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 nein. Ich bin Flank. Wow, wow. Ich habe ihn nicht mal getroffen. Was für ein extrem cooler Gegner hier. Er kann wirklich alles. Ein verdammter Elefanten-Transformer. Jetzt steht er da hinten und ich bin nicht schnell genug. Yep, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Na, das kann auch eine ganze Weile dauern. Strom! Komm schon, hau rein, Kleines! Wow, 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 wow. Holy shit! Verflucht! Er macht den Moonwalk! Er macht den Moonwalk! Michael Jackson-Style! Alles klar, jetzt aber hier. Eine Runde macht er noch. Und solange hier die Flammen sind, kann ich ihn definitiv nicht angreifen. Na komm, hier nochmal einen Nolly nehmen. Kein Risiko. Es wäre mies, jetzt zu sterben. Aus irgendeinem Grund. Aber ich denke, wir haben ihn. Zumindest die Stufe hier. Immer schön auf die Beine gehen. Okay, noch eine Runde. Mach ihn fertig! Wow, 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 komm! Das gibt's nicht! Der ist immer noch am Leben. Ich glaub's nicht. Jetzt aber das nächste Bein hier. Was ist denn noch alles? Was für ein zäher Schweinehund! Okay, ich denke mal, das hier ist die letzte Stufe. Wirklich viel kann er nicht mehr entgegenbringen. Und raus hier, raus hier, raus hier. Er macht den Elefanten-Tornado. Und wieder ran. Tja, zum Glück überhitzt das Ding hier ziemlich schnell. Nicht wirklich gut gebaut. Made in Taiwan. Billiger Schrott! Oh, er macht noch eine Runde. Er hat immer so ein Glück, der Typ. Wow! Du hast meinem Elefanten wehgetan. Könnte auch wieder so eine Porno-Anspielung sein. Alles klar, runter mit dem Rosse. Und wieder Flammen. Aber das hier sind wieder richtig geile Endlegner. Sowas bekommen nur die Japaner hin. Oh nein! Oh nein! Noch eine Runde! Abgedrehter Hurensohn! Oh nein! Oh nein! Noch eine Runde! Abgedrehter Hurensohn! Ahhhh! Oh nein! Oh nein! произ-A- Radio Spitz! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Unit! Oh nein! Oh nein! Diese Att technisch Parks verteilt! Louis, Rock'n'Roll never dies. True Story. Aber jetzt, aber jetzt. Da fliegen die Funken. Keine Panik, Nick. Du weißt es, wir alle wissen es. Ich bin der Beste. Ja, wieder ewig weit weg. Bis ich da drüben bin, ist der wieder fit. Naja, noch ein bisschen getroffen. Irgendwann muss ihm doch die Munition ausgehen. Oh nein, Minen. Der hat Minen da vorne hingelegt. Wenn ich das hier so sehe, freue ich mich schon richtig auf Bayonetta 2. Auch richtig geile Bosse und Gegner da drin in dem Spiel. Bam. So, aber jetzt. Ende hier. So. Oh, a lot of shaking going on. Your turn, you whiny MySpace-haired jerk! Ha, 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 ha. Fantastic work, Juliette. You've done everything just as I hoped you would. Start to finish. Thanks for your cooperation. Now the real deal is fulfilled. Ha, 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 ha. What? What are you talking about? You incredibly hot idiot. I told you, for the gates of hell to open, a ritual must be enacted. And you were part of it all along. I set this whole thing up, you fools! Now the ceremony has been completed! Upon you had to sacrifice five pre-selected zombies. And they must utter the sacred words at the point of their deaths. Meus vita regae pro nefario coepto. Why? Why are you doing all of this? Because you're just like everyone else! You pretended to be different! But you're not! What? Me? Yes, Juliet! You! Bitch! This is the end. The real end. To everything. This school, this world, deserves to be destroyed. It rejected me! It ridiculed me! So I'll make this rotten world even more rotten. Rot away! Rot away! Rot! 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 So fuck all of you! Your eternal screams of horror will be my pop music! Your eternal screams of horror will be my pop music! Oh, nein! Die Gäste sind öblich. Es ist der Zombie von Zombies. Killabilly. Gestern, ich habe meine Brüste. Ich dachte, das ist der Schlimmste Tag. Ja, nicht wirklich.